VMAX Lundsgaarder Gemenge ist unsere hochwertige Futtermischung mit hohen Anteilen Leguminosen. Die bestehen aus Erbsen, Wicken, Inkanatklee. Erglänzt wird das Ganze durch das Welsche Weidelgras. Die Mischung liefert sehr, sehr gute Futterqualitäten und kann bei späten Aussaatterminen im Herbst auch für Greening verwendet werden. Auffallend ist bei der Mischung VMAX Lundsgaarder Gemenge, dass sie auch unter trockenen Verhältnissen sehr stabile Erträge liefert. Zusätzlich wird durch die beachtliche oberirdische Leistung auch ein sehr gutes Wurzelwerk ausgebildet, das für die Bodenfruchtbarkeit sehr, sehr positiv sich darstellt. Saatenunion. Züchtung ist Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017